Zerstört das den noch nicht erfüllbar. An der Sch... nach so einer Treppe, die beide verbindet ich wahrscheinlich nicht. Das ist ja ein weites vom Eis. Das muss aber auch schon halten. Nein. Nein, wir haben dich nicht. Oh! Mikro aus, oder? Ja! Fahre gegen die ganze Zeit. Ich hab sogar schon angefüllt. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich hier nicht bin. Warum antworten die nicht? Ignoren die mich einfach. Ja. Ach, da hockt er. Ja. Das ist eigentlich echt nicht... Was hattest du denn eben gefragt? Irgendwas mit Weihnachten. Ja, ob Marc schon das bekommen hat. Nein, ich hab mir auch noch keins ausgelegt, was ich bräuchte jetzt. Muss ich noch überlegen. So. Hm. So, warte. Weg. Was machst du hier, Daniel? Ich? Ja. Den Kaktus abwerten. Deshalb bist du in meine Wohnung gekommen? Ja. Und ich bin kurz auf, klar. Bis nachher. Naja. Naja. Brücke ist zum Glück ein bisschen breit. Aber egal. Warte. Ich kann mich stoppen. Ich kann mich stoppen. Ich kann mich stoppen. Ah, was? Ah, was? Ich kann mich stoppen. Okay. Oder? Jetzt nicht mehr. Das ist die Brücke, die zu schlachten. So, jetzt aber. Oh. So. 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 Und hier schon das. nicht zu breit, aber muss ich setze und mach da ist zu breit, ist deutlich zu breit deutlich zu breit ist die ich helfe euch unten ein bisschen, um das alles wegzumachen das ist nett na zumindest die Erde, die krieg ich schnell weg soll ja nicht da unten so für immer aussehen wenn ich lebend runterkomme, sagen wir es so wer hat sich hier mit cobblestone oben hochgesteckt? da hab ich keine ahme, ich weiß es nicht ein mach ich den Hof gleich mal ich bin eigentlich daneben gesprungen eigentlich wollte ich im Spinnennetz landen und ähm so wo ist das? ich bin nicht gebraucht sieht das so ist noch da noch ein wo fliegen meine Items denn? weg die sind grad zu irgendwas von Simon gefliegen die achso, der hat da diesen so ein Dings was Items anzieht glaube ich ich hoffe das hat jetzt nicht alle meine ne die fliegen nicht durch Wände die fliegen nicht durch Wände zum Glück zack das tut er nicht gut so ups switch zack zack dann wollen wir mal schauen die öse a unter jetzt zum er gar Alors hier sieht sie ein bisschen dünn aus und okay Scheiße, kein Fiss mehr. Scheiße, kein Fiss mehr. Wie viel Schnee habt ihr denn hier, sag mal? Nein, keine Ahnung. Ja, wir sind dort ne Menge explodiert. Ne ganze Menge. Ich glaube, da ist viel weniger Erde. Naja, ich glaube, ich werde mich als Erder nehmen. Ich glaube, ich werde mich als Erder nehmen. Wenn du komische Geräusche hörst, nicht wundern, das bin ich. Ja. Ab. Meck war ja gerade gar nicht starrt. Draßen bei dir. Ja. Oh, ich glaube, der Platz für mich nicht. Da habe ich die Musik ausgestellt. Boah, ich habe mich erschreckt. Ja. Warte mal. Geht schneller, Adrian. Geh mal weg. Geht schneller. Nein. Wir haben einen Excavator. Geht schneller. Mit dem Stab geht schneller. Ja, Max. Geh weiter. Geht schneller. Elena, geht schneller. Es wird sarg. Es wird Open Stab geht schneller. Gules spät integrating mit den Stab vieler. Das ist das Kuss. 3 3 3 3 Jetzt 2 3 3 5 5 5 5 So Border is close So So, ein kleiner Test So Na gut So 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 Such Wise So 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 Das war's für heute. Das ist ein solches Essenz. Das ist ein solches Essenz. Das ist ein solches Essenz. Hat einer von euch irgendwie eine Baumwolle gesucht oder so? Ja, ich brauch ein bisschen Woller. Ja, ich hab ne. Bei mir im Garten. Voll. Alle bis auf einen, dann aber bitte eher. Jupp. Da soll ich noch was in dem Kissen. Na gut. Weil ich brauch... Okay, super. Cool. Weil ich brauch ein bisschen Wolle, denn von Fäden brauche ich auch ganz viele. Wenn du willst, kann ich dir dann helfen, das irgendwann mal ein bisschen zu automatisieren. Auf ne andere... Ich meine jetzt nicht nur in der Technik-Farm. Ah ja. Ah, ach so. Ah, solange wir nämlich hier mehr Spinnen beheben. Ich denke, ich möchte doch nicht ganz so groß, so ein bisschen kleiner kann nur ruhig sein. Ich denke, ich kann da nicht mehr so großartig sein. Ich mach's die größten, wenn ich hier was würde ich unterhalten. Das ist gut. Ich hab's da... Ich hab's da... Ich hab's da... Die Küche, hier den Essenbruch. Ganz... Die Küche bereichert und den Essenbruch. Ich glaube... Ich dachte, die Küche wird hier drauf. Ich muss den Essenbruch runterziehen. Ich hab' hier, das ist wieder... Ich hab' hier gesehen, ja... Sog! Da... Okay, hier noch mehr! Markel, Messer, Stück... Warte, warte. Gissen am Lachen. Was ist denn das? Was ist das? Das ist das letzte Mal. Dann.. VD.. Das ist ein Design. Das ist ein Knall. Blankblank, ja. Blankblank.